Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roblox. Wir spielen heute den Taxi Simulator. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen vom Mikrofon weggehen. Und ja, ich merke gerade, ich habe den Sound nicht eingeschaltet, wirklich Profi bin ich. So, und wir wollen uns hier ein bisschen hocharbeiten. Jetzt muss ich erstmal suchen, da in meiner Kategorie reinpasst nochmal durch den hier. Vorne gleich. Gut, wo muss der hin? Okay, wir müssen einmal umdrehen. Ach, wo fahre ich denn hin? Hilfe. Ich muss hier entlang. Alter. Ich bin wirklich zu unfähig sein zu fahren. Wir müssen hier hoch. Dann hier. Gut. Gut. Perfekt. So, dann liefer ich die Person hier ab. Und suche dann mal den nächsten Auftrag. Gut. Hier ist gleich jemand. Den nehmen wir immer mit. Und dann muss man auch in die andere Richtung. So. 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 Und hier müssen wir die auch schon abliefern. Mal hier in den grünen Kreis. Und dafür bekommen wir jetzt 338 Euro. Und wir haben jetzt 6889 Euro. Ich würde sagen, ich spare mal das 10.000 Euro. Weil dann will ich mal gucken, ob man sich da ein neues Auto oder so kaufen kann. Aber ich suche jetzt mal die nächste Person, die wir mit dem Taxi kommen. Und hier haben wir schon die nächste Person. Ja. So. Let's go. Na. Da. Da wieder. Also da, von da, wo wir gerade gekommen sind. Ich hoffe, das war ganz kurz. Ich hoffe, das war ganz kurz. Ich muss hier rein. Warum passt denn das jetzt hier schon wieder nicht? Ja. 151 Euro. Ich hoffe, das wird die nächsten 1.000 Euro. Dann suchen wir uns gleich mal die nächste Person. So, hier. Einmal umdrehen. So. Einmal umdrehen. Jetzt kann man das auch schon besser. Dann kriegen wir auch noch 426 Euro für. So, das hier ist aber, das können wir jetzt hier auch noch einmal auswerden. Hier haben wir dann schon gewusst. So, ne Nachlach und ja gut. So, die müssen wieder regeln in den Start. Gut, dafür kriegen wir auch nochmal 351 Euro. Gut, hier war schon die nächste Person. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. So, ich werde jetzt erstmal das Video machen, bis wir die 10.000 haben. Und in der nächsten Folge gucken wir mal, was wir davon kaufen können. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.